Nicht zum Lachen, wir werden deine Residenz im Leichtgewehrsboden gleich machen. Einmal durch Spitzrecht, den ein Mutiger im Pankerer Eismann, der auch bei minus 50 noch an euch den Hosenboden anzuhalten kann. Einmal in und einmal her, wir halten gegen her. Wir brauchen gar nicht so zum Boden, nur wir tragen lange Unterhosen. Was will der Eismann denn das machen? Da kann ich nur ganz laut sagen, wir wollen unsere Kräfte und den Wappen. Dann wählen wir den kümmern Kampf. Da kann ich nur ganz laut sagen, wir wollen unsere Kräfte und den Wappen. Da kann ich nur ganz laut sagen, wir wollen unsere Kräftekommen. Da kann ich nur sehr viel gucken. Wir sind ein! Wir sind ein! Wir sind ein! Applaus 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 Applaus